Logbuchfreiheit mit der neunten Folge. Heute wollen wir uns mit der Digitalisierung der Migrationskontrolle in Deutschland auseinandersetzen. Wie wir wissen, Kriege und humanitäre Katastrophen zwingen Menschen in die Flucht und Europa möchte sich dagegen zur Wehr setzen mit allen möglichen Mitteln von Überwachung bis hin zu Bewaffnung. Diese Außengrenzenkontrollen in Europa werden auch zusehends digitalisiert. Auch hier findet eine Modernisierung statt und nicht nur an diesen Grenzen, sondern auch direkt in Deutschland. Darüber möchte ich heute mit Lea sprechen, die diese Prozesse als Vertreterin der Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisch begleitet. Kritisch begleiten heißt bei Juristen klagend. Lea, was passiert an Digitalisierung in der Migrationskontrolle in Deutschland? Also die Behörde, die dafür zentral zuständig ist für Migration in Deutschland, ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und die gerieren sich tatsächlich seit Jahren als Vorreiter in der Digitalisierung und haben diverse Digitalisierungsprojekte. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die auch digitalisiert haben die Transliteration arabischer Namen, also die Umwandlung von arabischen Schriftzeichen in lateinischen Schriftzeichen. Also zum Teil vielleicht noch Projekte, die irgendwie auch ganz sinnvoll erscheinen. Dann aber zum Beispiel auch eine Dialekterkennung, also wenn Geflüchtete sich hier registrieren und angeben, aus dem arabischen Land zu kommen, dann müssen die so eine zweiminütige Sprachprobe in so einen Sprachhörer sprechen und der kann dann angeblich sagen, ob das wirklich ein arabischer Dialekt ist oder eben nicht. Und ganz zentral, darum wird es jetzt gleich auch weitergehen, die Handydatenauswertung. Also das BAMF wertet Handydaten von Geflüchteten aus im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Asylanträgen. Und es gibt noch diverse andere Projekte, die das BAMF plant, die meines Wissensstands nach aber noch nicht im Betrieb sind. Also diese vier Maßnahmen, die du jetzt benannt hast, sollen alle dem Zweck dienen, die Herkunft einer Person zu bestimmen. Also diese Transliteration von Namen, das soll eben verhindern, dass es zu Verwechslungen kommen. Also insgesamt und auch mit den weiteren geplanten Digitalisierungsprojekten geht es ein bisschen darum, die Asylverfahren schneller und effizienter zu gestalten und die Qualität der Asylentscheidung zu erhöhen. So würde das BAMF das jetzt erstmal positiv formulieren. Und wie machen Sie das jetzt mit einer Handydatenauswertung? Was genau passiert da? Also die Handydatenauswertung, wir haben uns übrigens das ein bisschen genauer angeschaut, gemeinsam mit einer Journalistin, Anna Biselli. Wer das also, wen das im Detail interessiert, kann das gerne nachlesen. Bei Netzpolitik.org. Netzpolitik.org oder auf unserer Seite freiheitsrechte.org. Und zwar ist es so, dass also von den Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, ungefähr 50 Prozent keinen Pass haben. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also unter anderem kann das mit dem Urkundenwesen in Herkunftsländern zu tun haben. Dass also diese Urkunden hier einfach gar nicht anerkannt werden oder dass nicht alle Menschen dort Pässe haben. Das kann auch mit der individuellen Fluchtgeschichte zu tun haben. Und dann ist erstmal also das legitime Ansinnen des Staates, wenn eine Person dann angibt, eine bestimmte Identität zu haben und aus einem Land zu kommen, das zu überprüfen. Und das passiert im Normalfall über Fragen in der Anhörung im Asylverfahren, wo also auch Regionalwissen zum Beispiel abgefragt wird. Also da wird ganz genau nachgefragt, wenn jemand sagt, der kommt aus einer bestimmten Stadt, dann wird da gefragt, wenn man dann in Richtung Norden fährt, was kommt dann und so. Und seit 2017 gibt es auch die Handydatenauswertung, die also eine Möglichkeit sein soll, gemachte Angaben von Personen zu überprüfen, die keinen Pass haben. Und in Betracht kommt das, also das BAMF macht das bei Erstanträgen, aber auch in Überprüfungsverfahren. Also es werden auch getroffene Asylentscheidungen nochmal wieder überprüft. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ungefähr 50 Prozent ohne Pass oder Identitätspapiere ankommen und 2018, 2019, das jetzt also schon lief, dann hätte das BAMF potenziell also in etwa bei 260.000 Geflüchteten Handydaten auswerten können. Tatsächlich hat es das wohl unter 30.000 Mal versucht. Okay, ist das jetzt zu kritisieren, dass sie es so selten gemacht haben oder ist das gut? Was kam denn eigentlich dabei raus bei diesen 30.000 Anwendungen? Ja, es ist erstmal interessant, dass das dann quasi nur in 30.000 Fällen, also ich finde, dass immer noch sehr, sehr viele Fälle passiert, aber es ist einfach eine interessante Feststellung zu sehen. Und warum das so ist, da können wir auch nur so ein bisschen drüber spekulieren, aber ich glaube, dass das auch, also wahrscheinlich damit zu tun haben, dass MitarbeiterInnen im BAMF vielleicht auch ein bisschen technik-skeptisch sind, aber eben auch vielleicht, dass die einfach das unsinnig finden und Quatsch und dann auch nicht anwenden, denn das liegt in der Entscheidung der einzelnen Personen. Oder kann ja vielleicht auch sein, vielleicht haben die kein Telefon dabei oder so. Also ich kann mir vorstellen, so ein digitales Verfahren muss doch irgendwie so eine Art Mindestmenge an Daten auch überhaupt produzieren, damit es eine Aussagekraft hat, oder? Genau, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Einmal ist es natürlich tatsächlich so, dass Geflüchtete zum Teil kein Handy dabei haben oder auch angeben, keines zu haben. Das mag zum Teil auch nicht richtig sein, also da spricht sich eben auch um diese Handydatenauswertung. Und andererseits ist es tatsächlich so, das sieht man jetzt auch in den Handydatenauswertungen, die das BAMF macht, dass also das zum Teil scheitert in einem Viertel der Fälle und dass es dann aber auch zum Teil einfach unbrauchbare Ergebnisse produziert, nämlich zum Beispiel, weil das Handy zu neu ist und da zu kleine Datensätze drauf sind, die dann einfach keine Aussagekraft entwickeln können. Und also was kam dabei raus? Ich habe ja schon gesagt, beim Viertel scheitert es. Und bei denen, wo es quasi dann durchgegangen ist, die Handydatenauswertungen, und da ist es so, dass 58 bis 64 Prozent zwischen 2018 und 2019 unbrauchbare Ergebnisse herausgebracht haben. Also irgendwie selbst das BAMF sieht ein, kann man nichts mit anfangen. Und in 34 bis 40 Prozent der Fälle hat es die gemachten Angaben zur Herkunftsidentität einfach bestätigt. Also da passte das zusammen, was die Person angegeben hat. Und nur in zwei Prozent der Fälle, konstant 2008 bis 2019, hat das dann einen Widerspruch aufgedeckt zwischen den gemachten Angaben zur Identität und Herkunft und dem, was diese Handyauswertung da produziert hat. Wenn ich das richtig sehe, ist das doch, wenn es nur so selten einen Widerspruch zeigt, würde ich das jetzt erstmal als eine Bestätigung der Legitimität der Anträge sehen. Genau, also das stellt Geflüchteten in Deutschland ein super gutes Zeugnis aus eigentlich. Und man kann vielleicht so festhalten, dass die Gründe, aus denen man das Ganze eingeführt hat, eigentlich nicht greifen. Also man hat das eingeführt, weil man behauptet hat, ohne irgendeine empirische Datenbasis, dass Geflüchtete eben lügen, was ihre Herkunft angeht, um damit entweder sich einen Aufenthaltstitel zu erschleichen, also Asylmissbrauch, oder um Abschiebungen zu verhindern. Wie viel hat der Spaß gekostet? Der Spaß hat, also jetzt bis Ablauf diesen Jahres schon irgendwie elf Millionen Euro gekostet. Da muss man jedes Jahr laufen da irgendwie drei bis vier Millionen weiter rein, weil das ja dauerhaft aktualisiert werden muss. Und wenn man das einmal genau umrechnet, also zwischen den 30.000 versuchten Fällen, dann hat das ja zum Teil nicht geklappt, dann war das unbrauchbar, bla 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 bla. Da sind ungefähr 118 Fälle rausgekommen, wo es also ein Indiz gab, dass da falsche Angaben gemacht worden sind. 118 Fälle zwischen 2018 und 2019. Und das hat eben elf Millionen Euro gekostet. Solide. Aber wir interessieren uns nicht nur fürs Geld, sondern eigentlich überhaupt nicht so sehr fürs Geld. Wie schätzt ihr das denn rechtlich ein und kommt das BAMF damit durch, so was zu machen? Also von der rechtlichen Seite kann man sagen, ist unsere Einschätzung und die wird weit geteilt, und zwar auch von RichterInnen-Vereinigungen, dass das unverhältnismäßig ist. Denn man muss ja immer gegenüberstellen, wie stark wird hier in Grundrechte eingegriffen? Und dann sagt er, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung immer, was bringt das eigentlich jetzt an Erkenntnisgewinn zu diesem Zweck, für den das läuft? Und ist das also insgesamt, ergibt das Sinn eigentlich? Und da muss man eben sagen, es greift massiv in Grundrechte ein. Also jeder, der sein Handy irgendwo rüberreicht, wird merken und darüber nachdenken, was da alles für Daten drauf sind. Also massive Rechtseingriffe. Und die sind einfach insgesamt unbrauchbar. Also die dienen einem migrationspolitischen Zweck, nämlich hier Abschiebungen durchsetzen zu können insbesondere, den sie aber kaum erfüllen, also weil das einfach in so wenigen Fällen überhaupt nur eine Indizwirkung dahingehend ausgibt. Die untersuchten Indikatoren, das ist ja vielleicht auch noch interessant, das haben wir noch nicht besprochen, was die sich eigentlich genau angucken für Daten. Die sind ziemlich ungeeignet, meiner Meinung nach auch. Also die gucken sich zum Beispiel an Ländervorwahlen von Kontakten in ein- und ausgehenden Anrufen, von Kontakten und in Nachrichten. Und das kann, also auf den ersten Blick denkt man so, okay, das ist ja legitim. Man wird ja vielleicht, wenn man aus Syrien kommt, mit ganz vielen SyrerInnen telefonieren. Aber wenn man gerade jemand ist, der auf der Flucht ist, dann glaube ich, ist das umso mehr unplausibel, dass das wirklich eine Aussage trifft darüber, wo eine Person herkommt. Weil das sind Leute, die sind auf der Flucht aus einer Situation, also die sie aus dem Land getrieben hat. Bei denen sind Freunde und Angehörige womöglich selbst längst nicht mehr im Land. Die haben vielleicht über die Fluchtgeschichte Leute kennengelernt, die in ganz anderen Ländern gelandet sind. Und sind schließlich jetzt vielleicht auch schon seit Jahren im Gastland und haben auch hier ihre Kontakte. Also es wird so ein Nutzungsverhalten ausgewertet, das echt sehr bedingt nur Aussagekraft treffen kann über Herkunft und Identität einer Person. Und die arbeiten halt ganz viel mit Ländervorwahlen zum Beispiel. Das ist ja relativ schwach. Ich hätte jetzt gedacht, die gucken sich zum Beispiel GPS-Metadaten in Fotos an oder sowas. Genau, Lokationsdaten gucken die sich auch an Apps und Fotos, zeichnen die dann auf so einer Karte ein. Da ist aber auch nicht ganz klar, welche Apps die genau auswerten. Also all diese Informationen, das wissen wir einfach nicht so genau, was sie sich da angucken. Weil das BAMF ziemlich mauert und da ist so ein bisschen das Fragezeichen dran. Lokationsdaten gucken sich auch an und sie gucken sich an Sprache in Nachrichten, die man schickt. Da haben sie so eine ganz tolle Software, die jede Sprache der Welt sofort erkennt. Ohne Angaben über die Algorithmen und die Fehlerquotienten. Also wir wissen einfach nicht, wie valide das ist, was da rauskommt. Nur um das mal in, also das ist etwas, was man mit einer deutschen Bürgerin nur unter einem Richterinnenbeschluss machen könnte. Oder bei, und auch dann glaube ich nur bei Verdacht auf irgendwie wirklich schwere Straftaten, dass man in die Nachrichten auf einem Gerät schaut und sich irgendwie guckt, wer sind überhaupt deine Kontakte, die du in diesem Telefon gespeichert hast und so. Das könntest du mit einer deutschen Bundesbürgerin aber nicht machen. Ja, passiert nicht. Also die einzigen anderen Situationen in Deutschland, wo man auf Handydaten zugreift, sind also Strafverfolgung und jetzt zum Teil auch in der Gefahrenabwehr. Das sind ja diese großen Diskussionen um die Reformen des Polizeigesetzes gewesen, dass jetzt auch so Spähsoftware eingesetzt wird zur Gefahrenabwehr. Und da geht es dann aber auch um die Verhütung schwerer Straftaten. Und auch das wird ja schon sehr kritisiert. Und hier, man muss einräumen, dass die also nicht in den Inhalt der Nachrichten gucken, angeblich, aber sie greifen erstmal so einen kompletten Rohdatensatz ab, analysieren das dann und alles danach ist halt so ein bisschen Vertrauen. Also deswegen, okay, in den Berichten nachher sind keine inhaltlichen Daten drin, aber erstmal läuft das alles halt durch den Computer im BAMF und das ist auch schon gruselig. Und klar, es ist eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was man an rechten Deutschen zugesteht und Geflüchteten. So, ihr habt drei Klagen dagegen laufen. Genau, wir haben jetzt im Mai drei Klagen eigentlich gemacht. Wir sind jetzt also auf dem langen Weg nach Karlsruhe und hoffen, das Gesetz überprüfen zu können. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, das ist genau deine Arbeit, ne? Das ist das, womit du dich jeden Tag beschäftigst. Unter anderem, ja. Ja, dann denke ich, wer das für einen unterstützenswerten Ansatz hält, ist sicherlich gut beraten, die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Spenden zu unterstützen. Das könnt ihr unter freiheitsrechte.org. Unseren kleinen Podcast hier könnt ihr auf logbuch-freiheit und auf YouTube abonnieren. Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und das ist erstmal unser Dank und unser Tschüss an unsere Zuschauerinnen bei United We Talk. Tschüss. Und ich würde sagen, weil dieses Thema spannend und interessant ist, machen wir nochmal ganz kurz ein bisschen weiter, zumindest für uns bei YouTube. Welche drei Klagen sind denn da jetzt genau anhängig? Ja, also wir haben jetzt im Mai drei Klagen anhängig gemacht mit drei unterschiedlichen geflüchteten Personen vor drei unterschiedlichen Verwaltungsgerichten in Hannover, Berlin und Stuttgart. Und der Hintergrund dieser Klagen, also die Vorgeschichte quasi, war relativ schwierig, das überhaupt vor Gericht zu bringen. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass das also seit 2017 in Kraft ist, die Handydatenauswertung und unseres Wissensstandes nach, glaube ich, nie überprüft worden ist. Das hat einmal damit zu tun, dass das also so ein Vorgang ist, der im Asylverfahren, also als ein Akt im Asylverfahren stattfindet und nicht ohne weiteres separat angegangen werden kann. Das versuchen wir jetzt, das ist also auch rechtlich ein bisschen kompliziert. Das hat aber massiv vor allem damit zu tun, dass Geflüchtete in Deutschland einen erschwerten Zugang zu Rechtsschutz haben und in ihrem Alltag sicherlich mit ganz anderen, auch existenziellen Sorgen bedroht sind, als mit so, wenn auch massiven Eingriffen in ihre Privatzeit, also in ihre informationelle Selbstbestimmung oder ihre IT-Grundrechte. Und wir sind also dann zusammen mit KooperationsanwältInnen und über Netzwerke, haben wir sehr, sehr lange gesucht, bis wir drei Personen gefunden haben, die quasi auch bereit sind, hier gegen ihr Gastland zu klagen, um eben gar nicht, das wird für sie selbst ja nichts mehr ändern können, sondern um einfach das insgesamt überprüfen zu können, damit vielleicht zukünftig andere Menschen diese Erfahrung nicht mehr machen können, müssen. Okay, das heißt, der Grund, dass sich da eigentlich nie jemand gegen gewehrt hat, ist auch, dass hier Menschen betroffen sind, die echt in einer schlechten Situation sind, sich zu wehren, oder? Also, wie du gerade schon sagst, sich erstmal bereit zu erklären, dieses Land dann zu verklagen, indem man Asyl beantragt, klingt wahrscheinlich auch erstmal nach einem sehr mutigen, um nicht zu sagen, strategisch vielleicht nicht ganz besonders klugen Schritt, ne? Für die Personen selber gehen ja auf jeden Fall ein Risiko ein, dass die Akte einen roten Rand kriegt. Ja, die also, genau, die selbst erwartet dafür auch nichts Positives, blöd gesprochen, ne? Es kann sein, dass es hier vielleicht zu kleinen Schadensersatzsummen kommt oder so, aber es geht ja um die Überprüfung der Rechtsgrundlage und deswegen hat man hier vor den Instanzengerichten auch nichts zu erwarten, sondern man muss nach Karlsruhe. Das ist also lange, dauert lange, ist teuer, hat schlechte Erfolgsaussichten, bringt der individuellen Person gar nichts und sie muss überhaupt erstmal mit der Anspruchshaltung auch auf die Idee kommen. Das passiert nicht. Das ist jetzt einer Organisation wieder Unsrigen zu verdanken. Ja, das ist, also man sieht daran wirklich, dass hier eben mit den Schwachen umgesprungen wird, die, ja, wie du gerade schon sagst, die halt dann irgendwie echt Leute brauchen, die sich aus einer eigenen Motivation und aus einem eigenen Antrieb mit dieser, ja, Ungerechtigkeit, potenziellen Ungerechtigkeit auseinandersetzen. Wieso werden solche Sachen denn überhaupt gemacht? Also ökonomisch kann man das Argument ja nun wirklich jetzt gerade, also das ökonomische Argument kann man ja nun wirklich nicht anführen. Ja, also die, diese gesetzliche Grundlage kam damals ja in einem politischen Zusammenhang 2017, als die erste Erhöhung der Anzahl von Geflüchteten, die ankamen 2015, das ging ja noch mit so einer Willkommenskultur einher, dann, dann bis 2017 hatte sich das politische Blatt total gewandelt und man hat insgesamt zu dem Zeitpunkt, also glaube ich, versucht so ein bisschen die Tür nach rechts zu öffnen und sich so migrationsfeindlich zu positionieren, Geflüchtete als Gefahr darzustellen und dadurch eben, also so ein bisschen der Versuch, durch solche ja sehr invasiven Überwachungsmaßnahmen irgendwie Geflüchtete unter so einem pauschal Verdacht zu stellen und dadurch irgendwie Migration kontrollieren zu können. Und Härte zu signalisieren. Und Härte signalisieren und irgendwie, und auch effizienter und, also man hat dann ja so, man hat dann ja so Karten, wo was eingezeichnet ist und so Tortendiagramme und dann sieht das irgendwie aus, als wäre irgendwie die Entscheidung, die man da trifft, irgendwie besser basiert oder besser fundiert oder so, also auch sowas. Aber ich glaube, es hat also ganz klar mit so einem politischen Rechtsruck zu tun und das, was wir jetzt also in unseren Klagen zum Beispiel gar nicht angreifen können, was ich aber einen total wichtigen Punkt finde, ist eigentlich dieser ganze zugrunde liegende Rassismus dahinter. Also schon bei der Einführung, aber auch die Auswirkungen. Wir haben ja auch schon mal über mittelbare Diskriminierung gesprochen hier. Das ist also eine Maßnahme, die getroffen wird, die natürlich ganz besonders People of Color und Ausländerinnen betrifft. Und das hat natürlich massive Folgen für eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung. Und ich bin sehr froh, dass die Sonderberichterstatterin der UN für Rassismus sich jetzt in einer Studie mit diesem Thema Digitalisierung in der Grenzkontrolle auseinandersetzen wird. Und wir haben da unsere Studie auch eingereicht. Wunderbar. Wer sich noch mehr für dieses Thema interessiert, kann, glaube ich, den Vortrag von Anna und dir beim Chaos Communication Congress anschauen. Der, wann habt ihr den gehalten? Das war… Letztes Jahr im Dezember. Also beim 36 C3. Ja. Den verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. So eben Anna Biselli, die sich investigativ als Journalistin mit dem Thema auseinandergesetzt hat, das zusammen mit Lea noch ausführlicher aufbereitet. Ich glaube, eine… wie lange ist der Vortrag der Vortrag wahrscheinlich? Ungefähr oder eine Stunde. Ungefähr so. Und ja, die Empfehlung, uns zu abonnieren und die Empfehlung, die Gesellschaft für Freiheitsrechte in ihren Anstrengungen zu unterstützen, haben wir ja gerade schon gemacht. Insofern bleibt uns nur noch uns freundlich von euch zu verabschieden. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.